Manchmal stritten seine Eltern und er baute sich kleine Räume aus Kisten oder Wäschekörben, in die er sich hineinfalten konnte. Er meinte, sich selbst einsortieren zu müssen. Igor saß lange darin, lauschte in die Stille und hoffte, dass das Leben ihm die Auflösung seines Scherzes zuflüstern würde. Er verpasste das Mittag- und das Abendessen und manchmal wachte er irgendwo auf und wunderte sich, wie er dorthin gekommen war. Auch sein Körper war ihm ein Rätsel. Er schien ihm wie ein Tier, das er bewohnte. Ein Tier, welches er zähmen und dressieren musste, um ihm Tricks und Spiele beizubringen. Doch sein Körper war ängstlich, unbeholfen und vergesslich. Er begleitete ihn misstrauisch und wunderte sich oft, wie beschränkt er war. Ungeschickt und laut stolperte er durch die Welt. Er verwechselte vieles miteinander und ließ Dinge fallen. Er versuchte, beruhigend zu ihm zu sprechen, um ihm nicht das Gefühl zu geben, dass er ihn nicht mochte und manches Mal hätte er ihn gerne in den Arm genommen. Aber sein Körper ließ sich nicht von ihm berühren. Igor begann streng mit ihm zu werden. Einmal aß er einen kleinen Stein, um zu beobachten, wie er durch seinen Organismus wieder zum Vorschein getrieben wurde. Er hielt seine Hand über die Flamme einer Kerze und kämpfte gegen den Schmerz, bis er sie zurückziehen musste. Es war ihm unangenehm, von ihm abhängig zu sein. Weder durfte Igor seinen Körper ganz betreten, noch durfte er ihn ganz verlassen. Er musste ihn füttern und zu Bett bringen, wenn er selbst gern noch gespielt hätte und wo immer er hin wollte, hielt sein Körper ihn fest umklammert, wie ein ängstliches Kind. Wenn er nur in ihn hineingleiten könnte, um ihn von innen ein wenig auszudehnen, ihn aufzurichten und groß werden zu lassen. Igor wollte abschweifen und in die unendlichen Formen tauchen, die er sah und über die er oft versunken nachdachte. Aber sein Körper schien ihm nicht folgen zu wollen. In der Schule war Igor meist still. Er war bedacht, sich nicht überführen zu lassen, auch wenn ihm nicht ganz klar war, wobei. Vorsichtig versuchte er, die Scherze und Spiele der anderen Schüler mitzuspielen und zu erraten, was die Lehrer von ihm hören wollten, wenn sie ihm Fragen stellten, die er nicht verstand. Je länger er in die Schule ging, desto wütender wurde er auf die Zeitverschwendung, die sie darstellte. Auswendig lernen abstrakter Inhalte, befolgen seltsame Verhaltensregeln, nie enden wollen des Wiederholen unwesentlicher Themen. Nicht nur, dass die Schule nichts trainierte, was er brauchte, auch war sie verkrümmend und sparte das Wesentliche aus. Einmal bat er um eine Unterredung mit dem Direktor seiner Grundschule. Igor betrat sein Büro und schlug ihm vor, dass es ein Fach geben sollte, welches mit verbundenen Augen abgehalten würde. Er sagte, dass er nun schon zwei Jahre zum Unterricht komme, aber nichts finden könne, was den Tastsinn oder das Gehör trainiere. Auch sein Geruchssinn werde nicht geübt, geschweige denn die Fähigkeit, mit Tieren zu sprechen. Darüber hinaus müsse das lange Sitzen aufhören, da es hochgradig ungesund sei und er verlangte zu wissen, ob sich das ab der dritten Klasse ändern würde. Der Direktor lachte und schenkte ihm eine Süßigkeit. Mit zehn war er überzeugt, dass er von einem anderen Ort auf die Erde gekommen und dabei ein Unfall passiert war, infolgedessen er sich nicht mehr an seine Herkunft erinnern konnte. Er unterrichtete seine Umwelt davon, aber diese konnte sich auch nicht daran erinnern. Igor malte sich einen Kreis auf die Stirn, brach abends in das Schulgebäude ein und schrieb Vorsicht auf alle Tafeln. Einmal schrie er einen Lehrer an, entschuldigte sich aber sogleich wieder, denn er mochte es nicht, Menschen anzuschreien. Die meisten seiner Mitschüler ignorierten ihn oder machten sich über ihn lustig und er wusste nicht, ob er ihnen zu viel oder zu wenig war. Er konnte Menschen schwer einschätzen und nahm sie manchmal nicht und manchmal viel zu ernst. An einem Wintertag schraubte er das Küchenradio seiner Eltern auseinander, sah sich die Einzelteile an und überlegte, was sie wohl zu bedeuten hatten. Er war fasziniert von der Tatsache, dass es ein Gerät war, welches man auf unterschiedliche Frequenzen einstellen konnte, die, wie seine Eltern sagen, unsichtbar durch die Luft vibrierten, um dann klar verständlich Sprache und Musik wiederzugeben. Ganze Orchester schwebten unhörbar durch den Raum und dann auch noch mehrere gleichzeitig. Wie viel Platz in der Luft sein musste? Er fragte sich, wie die anderen Menschen es schafften, so unbeteiligt zu wirken. Die wenigsten schienen zu genießen, dass sie am Leben waren. Jedes Reh, jeder Vogel strahlte Gelassenheit aus. Der Mensch jedoch hatte oft eine merkwürdige Verzerrtheit und Trauer in seinem Blick. Er mochte das Leben und er mochte auch seine Unwegsamkeiten. Aber je älter er wurde, desto weniger konnte er sich erklären, warum alles war. Zu diesem Zeitpunkt dachte er noch, dass man so etwas wohl erklärt bekäme, wenn man älter würde. Aber als er herausfand, dass die Erwachsenen, die ihm sagten, wann er zu essen und zu schlafen habe, wann er aufhören müsse zu spielen und wann er sich waschen solle, die es ebenfalls nicht wussten, wurde er verwirrt. Wie konnte das sein? Es störte ihn und trieb ihn in eine tiefe Verstimmung. Er mochte die meisten Erwachsenen, aber es kam ihm lächerlich vor, dass sie existierten, ohne zu verstehen, warum. Dass das Leben überhaupt existierte, war schon merkwürdig genug. Aber dass dieses Leben Menschen hervorbrachte, die zwar aus ihm erwuchsen, aber keinerlei Anhaltspunkte für die Begründung dieser Sachlage zu haben schienen, war grotesk und inakzeptabel. Über die kleinlichsten Fragen unterhielten sie sich ganze Wochen. Künstliche Landschaften aus Missverständnissen und Eifersüchteleien hin- und herschieben abstrakter Zahlengebilde und Kämpfe um unsichtbare Positionen. Wie jemand aussah, was er trug oder wie er sprach, schien von immenser Wichtigkeit. Er fand es befremdlich, aber doch gab es etwas in ihm, was die Leidenschaft bewunderte, mit der die Menschen ihre Kämpfe austrugen. Sie wirkten so überzeugt von der Wichtigkeit ihres Tuns, dass es fast ansteckend war. Igor kam in die Pubertät, um mit ihr fing er an, bestimmte Dinge nicht mehr zu mögen. Bisher mochte er sehr viel, doch nun überkam ihn eine plötzliche Abneigung gegenüber Dingen, die von zu vielen anderen Menschen gemocht wurden. Ihr Mögen kam ihm wahllos vor und viele schienen bestimmte Dinge nur zu mögen, weil viele andere sie mochten. Dann lernte er andere Menschen kennen, die ebenfalls Dinge nicht mochten, weil sie von vielen anderen gemocht wurden, und fing an, es nicht zu mögen, wenn Leute etwas nicht mochten, nur weil es von vielen anderen gemocht wurde. Er war verwirrt und mochte eine Zeit lang das Mögen nicht mehr. Bald mochte er es aber nicht mehr, das Mögen nicht zu mögen. Mögen war schön, nur seine Pubertät empfand es als albern und so fing er an, eine Mischform aus Neutralität und Gutwilligkeit zu entwickeln, die sich ein wenig wie Mögen anfühlte. Als auch das nicht gelang, gab er auf, über das Mögen nachzudenken. Nachdenken schien ihm kindisch und seine Pubertät entwickelte eine Abneigung dagegen. Allerdings mochte er nicht, dass er etwas nicht mochte und mochte dann auch wieder das Nachdenken. Er schwieg eine Weile und bekam Ausschlag. Manchmal griet er in Angstzustände, in denen er seinen Unterkörper nicht mehr spürte. Seine Muskeln waren gespannt, seine Haut fühlte sich taub an und das lange Sitzen in der Schule machte ihn aggressiv. Immer mehr quälten ihn Fragen, die ihm niemand beantworten wollte und er begann zu verstehen, dass sich das nicht so schnell ändern würde. Sein erstes, wahrhaft zermürbendes Rätsel war die Frage nach der Unendlichkeit. Er konnte sie sich einfach nicht vorstellen. Aber er konnte sie auch nicht vorstellen, dass es sie nicht gab. Dies verärgerte ihn. Wieso konnte er sich etwas nicht vorstellen, dessen Gegenteil er sich ebenfalls nicht vorstellen konnte? Unendlichkeit von Raum und Zeit, dass schon immer etwas war, war einfach nicht möglich. Das Gegenteil jedoch, dass irgendwann nichts war und aus dem Nichts dann plötzlich etwas geboren wurde, war ebenfalls nicht vorstellbar. Wie sollte denn aus dem Nichts etwas entstanden sein? Dann müsste dieses Nichts ja etwas sein, das etwas hervorbringen konnte und somit konnte es nicht 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 sein. Er stellte sich die Unendlichkeit mit Hilfe einer niemals endenden roten Linie vor, die er aus seiner Hand in den Himmel dachte. Wenn das Universum unendlich war, musste diese Linie es auch sein. Das Leben hatte keinen Rand. Es ging immer weiter. Immer, 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 immer. Dann hörte er eines Tages, dass das Universum sehr wohl einen Rand hatte und sich sogar ausdehnte. Er war perplex. Dies musste wohl falsch sein, dachte er, denn in nichts könnte sich auch nichts hineinbewegen. Dass der Raum leer war, in den das Universum hineinwuchs, war zwar vorstellbar, aber der war ja dann nichts, sondern lediglich leer und er musste dann auch immerhin unendlich und randlos sein. Es ergab keinen Sinn, aus welchem Winkel er es auch betrachtete. Lange wälzte er sich in dieser Frage hin und her und kam zu dem Schluss, dass das ganze Leben unlogisch war und er es nicht länger als existent akzeptieren wollte. Er fiel in eine finstere Verneinung der Welt. Irgendetwas lief furchtbar falsch und keiner wollte es zugeben. Viele sagten lachend, dass man keine Antworten auf diese Fragen finden könne oder müsse, was ihn maßlos wütend machte. Wie sinnlos, stumpf und idiotisch kam ihm alles vor, unmutig ihrem Rätsel ergeben waren die Menschen. Unmündig, wenn sie meinten, sie seien selbst nicht dazu in der Lage, die Antwort zu finden. Warum sollte man nicht dazu in der Lage sein, die Antwort auf eine Frage zu finden, die man in der Lage war zu stellen? Dies wäre im höchsten Maße unfunktional und er schätzte die Natur nicht so unpraktisch ein. Sie schien schon zu wissen, worauf sie hinaus wollte. Und so kam er zu dem Schluss, dass er und alle anderen etwas übersehen mussten. Nur was? Er konnte sich noch immer schlecht konzentrieren und seine Gedanken und Vorstellungen waren gegenüber seinem Fokus wie gleichpolige Magnete. Je näher er sie heranzuziehen versuchte, desto größer wurde die Kraft, die sie abstieß. Viele schöne Theorien waren in seinem Kopf, aber jeder Griff nach ihnen führte zu einem Wegschnellen und einer Verwirbelung. Und doch kamen sie immer wieder wie Rehe an die Lichtung seines Verstandes und rasten scheu und still. Er konnte sie aus den Augenwinkeln beobachten und ihre Größe und Gestalt erahnen. Gerne hätte er mit ihnen gespielt, sie gefüttert, sich mit ihnen unterhalten und vielleicht sogar, dies war sein größter Wunsch, auf ihnen geritten. Aber sobald er sie direkt ansah oder sich ihnen näherte, schnellten sie weg und verschwanden tief im Wald seines Geistes. Er verstand nicht, warum seine Gedanken von so schöner Gestalt waren, aber anscheinend nicht von ihm ergriffen werden wollten. Sie schienen ihn zu ärgern. Weder konnte er ihnen befehlen noch sie fangen. Zu spitz waren seine Gedanken. Alles nahm er in einzelnen Punkten war, aus denen er ein größeres Bild zu formen versuchte, aber immer wieder fiel es in sich zusammen. Das Rätsel der Unendlichkeit war zu komplex, um es mit einem solchen Geist umgreifen zu können, und wenn er es lösen wollte, musste er ihn wohl verändern. Mein Geist muss eine Fläche werden, dachte er. Eine große Fläche, in die ich das Rätsel hineinlegen kann, wie in einen Salzstein in einem Wasserbad, so dass es sich von selbst darin auflöst. Und so übte er, eine Fläche zu werden. Immer öfter starrte er seine Zimmerdecke an und versuchte, nicht nur einzelne Details zu erhaschen, sondern breit zu sehen, indem er leicht mit den Augen nach außen schielte. Er wollte die Zimmerdecke als Ganzes sehen. Noch immer sprang seine Pupille von Detail zu Detail, von Fleck zu Fleck, und wenn er die Augen schloss, um sich an das Bild zu erinnern, war da ebenfalls nur eine Ansammlung verschleierter Fragmente und Farbtopfer. Er musste einsehen, dass es tief in seinem Wesen verankert war, abzuschweifen. Aus Frustration darüber versuchte er eines Nachmittags, als er auf dem Bett lag, nicht mehr eine Fläche, sondern das Abschweifen von ihr anzustarren. Es gelang ihm nicht recht, und so versuchte er, den Versuch, das Abschweifen anzustarren, anzustarren. Als er des Starrens müde wurde, versuchte er es mit Schauen. Schauen kam ihm weicher vor, führte er aber dazu, dass er schnell vergaß, was er gerade tat, und anfing abzuschweifen. Als er jedoch begann zuzuschauen, wie er vergaß, den Versuch des Anstarrens des Abschweifens anzustarren, passierte plötzlich etwas. Er gelangte zu einer Mischform aus Schauen und Schweifen, was für kurze Momente ein starkes Zucken in seinem Körper auslöste. Das Zucken war so abrupt und kräftig, dass Igor glaubte, etwas Bedeutsames entdeckt zu haben, und er begann, sich fortan täglich darin zu üben. Mit 16 nahm Igor einen Zug und fuhr in eine fremde Stadt. Dort ging er in ein teures Hotel, tat so, als würde er jemanden besuchen und schlief im Treppenhaus. Er glaubte, dass in teuren Hotels niemand die Treppen benutzen würde, und selbst wenn ihn jemand entdeckte, konnte ihm nichts weiter passieren, als rausgeworfen zu werden. Rausgeworfen werden ist nicht schlimm, dachte er, und versuchte, die Vorstellung rausgeworfen zu werden, von dem damit eng verbundenen Gefühl ausgestoßen zu werden, zu trennen. Er hatte festgestellt, dass sich seine negativen Gefühle auf erstaunliche Weise erleichterten und verflüchtigten, wenn er sie unbeweglich anstarrte. So tat er es auch mit seiner Angst, entdeckt zu werden, und schlief entspannt in einem Schlafsack im obersten Stock des warmen Treppenhauses. Tagsüber ging er in ein Museum, um Kaffee zu trinken und Menschen zu beobachten. Er mochte es, Menschen zu beobachten, die gerade etwas beobachteten. Menschen, die nur durch die Straßen liefen, waren meist nicht so schön anzusehen wie Menschen, die sich etwas anschauten, wofür sie sich interessierten oder zumindest bezahlt hatten. Manche waren dabei, denen er ein ähnliches Schauen und Schweifen ansah, wie er es geübt hatte. Sie blickten nicht nur auf ein Gemälde und sammelten mit ihren Augen die Details, sondern sie schauten es als Ganzes und ließen das Bild zurückblicken. Er mochte die Bilder anschauen, aber noch mehr mochte er es, die Menschen anzusehen, die sie betrachteten. Sie bereiteten ihm eine Freude, die er nicht ganz verstand. Als er nach vier Tagen wieder zurück war, war seine Familie sehr verärgert. Sie hatte sich Sorgen um ihn gemacht und er entschuldigte sich. Zurück in der Schule wurde er immer verstörter. Er versuchte, sich auf ihren Inhalt wie auf ein Kunstwerk zu konzentrieren, aber es gelang ihm nicht. Ihr Inhalt verschwamm vor seinen Augen und oft überkam ihn eine unbezwingbare Müdigkeit und Wut, wenn er in den grauen Räumen saß, um Worten zu folgen, die ihm leblos vorkamen. Igor hatte das Gefühl, ihm fehle ein gewisses Talent, das die anderen Schüler besaßen. Die meisten schienen keine Probleme mit den komplexen Inhalten zu haben und er suchte die Schuld bei sich selbst. Seine Zensuren wurden schlechter und er musste sich entscheiden, eine Klasse zu wiederholen oder abzubrechen und er beschloss, in der Mitte der 11. Klasse die Schule zu beenden. Seine Eltern drängten ihn, eine Lehre anzufangen oder etwas zu studieren, wofür man kein Abitur brauchte, aber er wusste nicht was. Er lief durch die Straßen, kletterte in verlassene Gärten, wanderte durch Hinterhöfe, badete in dem Fluss, der durch seine Stadt zog und suchte nach einer Kühlung für seinen überhitzten Geist. Nach einer Weile des Nichtstuns versuchte er sich in einem Beruf, an den er durch Verwandte gelangt war, aber es ging ihm meist schlecht dabei. Zu viele Masken zwangen ihm auf und er fühlte sich ungeschickt darin, sie zu tragen. Er verdiente gutes Geld, aber immer wieder riss ihn eine dunkelpochende Sehnsucht aus jeglicher Konzentration. Ihm wurde klar, dass sein Abschweifen ein Ende haben musste und er entschloss sich, ein Experiment zu unternehmen. Eine Woche lang wollte er nichts weiter tun, als sich dem Zählen zu widmen. Er war der Ansicht, dass sich jemand, der gut zählen konnte, auch gut in der alltäglichen Welt zurechtfinden müsste. Er täuschte vor, Kälte zu sein und blieb eine Woche lang in seinem Zimmer. Igor kaufte sich ein leeres Heft, in das er kleine Striche zeichnete, um mit deren Hilfe die Flecken des Dachfensters zu zählen. Ihm war egal, was er zählte. Es ging ihm ausschließlich darum, seinen Fokus lange genug auf einer praktischen Tätigkeit zu halten. Nachdem er für das Dachfenster nur einen halben Tag benötigt und 312 Flecken gezählt hatte, sah er sich um und überlegte, wie er fortfahren sollte. Der Boden war ebenfalls sehr fleckig, aber es war schwer auszumachen, was ein Fleck und was lediglich eine Färbung war. Er stellte ein System auf, nachdem er drei Fleckentypen einordnen konnte, schob die Möbel zur Seite und begann, den Boden abzuzählen. Schnell musste er feststellen, dass sein Geist bei dieser Arbeit ermüdete und er begann parallel zu den Flecken auch seine Atemzüge zu notieren. Alle zwei Minuten hielt er die Luft an und schrieb das Zwischenergebnis auf. Er beschloss, dass es sinnvoll sein müsste, wenn er schon seinen Atem zählte, auch wirklich alle Züge zu zählen, die er in der Woche, die er sich freigenommen hatte, tat. Beim Zu-Bett-Gehen klebte er sich mit Klebeband eine kleine Pfeife in den Mund und eine in jedes Nasenloch und schaltete ein Tonbandgerät ein. Als er am nächsten Morgen erwachte, hielt er die Luft an, spulte zurück und zählte, während er die Vorspul- und die Abspieltaste gleichzeitig gedrückt hielt die Pfeiftöne, die er auf dem Band hörte. Eine Woche lang musste er nachts alle halbe Stunde aufstehen, um das Tonband zu wechseln. Parallel dazu zählte er Flecken an den vier Wänden, an der Decke, an der Tür, auf dem Bett, auf dem Tisch, auf der Klinke, auf den Leisten des Bettes, auf der Unterseite des Tisches, auf beiden Lagenseiten, wobei er darauf Acht gab, die Flecken der Oberseite, die dunkel genug waren, um auf der anderen Seite durchzuscheinen, nicht noch einmal mitzuzählen, auf dem Lampenschirm, wofür er das Bett hochkant stellen musste, um von oben sehen zu können, auf seiner Kleidung, außen und innen separat und auf seinem Körper. Als Fleck definierte er sowohl Fremdpartikel wie Dreck und Farbe und materialeigene Hervortretungen, zum Beispiel auf seinem groben Flanellhemd oder seiner Haut. Als er nach einer Woche fertig war, hatte er 140.747 Atemzüge und 8.653 Flecken in drei unterschiedlichen Kategorien gezählt. Igor war erschöpft und meinte nun geübt genug zu sein, um sich den normalen Dingen des Alltags widmen zu können. Er verließ sein Zimmer und warf das Heft, das er zum Zählen benutzt hatte, in den Papierkorb. Erleichterung erfasste ihn. Die beiden Ergebnisse, die er errechnet hatte, schrieb er ohne weitere Bezeichnung auf einen kleinen Zettel, legte ihn auf den Küchentisch und trat aus dem Haus, um einen Spaziergang zu machen, etwas zu essen und sich dem Zählen zu entwöhnen. Auf seinem Weg fing er unwillkürlich an, seine Schritte zu zählen, aber er verbot sich, damit fortzufahren. Er überlegte, dass es spannend sein müsste, einmal hundert Tage in einem dunklen Raum ohne Licht und Geräusche zu verbringen. Es müsste etwas Sinnvolles dabei herauskommen, dachte er. Am selben Tag treff Igor das erste Mal auf Alma.